Heute habe ich gemeinsam mit Wayfastern den FNCS Community Cup gespielt und wie der Verlaufnis erfahrt ihr in diesem Video. Als wir dann die ersten Gegner gesehen haben, haben wir sie natürlich sofort angeschossen, um die Punkte mitzunehmen. Und dann hat Hassler noch zum Glück einen geholt. Wir haben uns nach Gegnern umgeschaut, doch keine gesehen. Doch dann ist mir dieser Gegner ins Auge gefallen und ich habe ihm gute Hits gegeben, doch leider hat er es geschafft und ist abgehauen. Das war's für heute. Das war's für heute. Hassler hat sein Bestes gegeben, doch dann ist das passiert. Neue Runde, neues Glück. Musik natürlich pushen gegangen. Doch das hätten wir lieber nicht tun sollen. Seht einfach selbst. Die dritte Runde und wir sind in Brutal Bastion gedroppt. Wir wollten ganz schön viele Krills holen. Hassan ist dann gestorben und alles lag an mir. Die dritte Runde und wir sind in Brutal Bastion. Die dritte Runde und wir sind in Brutal Bastion. Die dritte Runde und wir sind in Brutal Bastion. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020